wir sind wie kalt ich müsste mich ja nicht mal werben also muss man feuerchen machen blockhotel sind nicht im typischen namen der kirche war ja beabsichtigt das war ja auch so beabsichtigt halte ich komme nicht raus was ist hier so jetzt so ich muss mal ein feuerchen machen weil die mir ist nass mir ist kalt ich muss feuerchen so 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 moment 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 so mein füßchen knabbern eben kurz auch noch frische getrocknet sehr schön so getrockneten fuß geht immer kann ich nicht essen so war das geplant eigentlich hier ich drehe dir ins gesicht oh ja fuß fuß jetzt direkt durchs gesicht gezogen ja hat sein anblick los zeig dir mal deine freundin damit die sehen kann wie lange die fußnägel sind Markus meinte soll es mal gucken wie lange die fußklingel sind ich habe Haarspray irgendwo hier ich habe Haarspray so so was haben wir denn heute tut naja die komische Blockkette da oben finde ich mal so aber das bauen wir jetzt hier ja wir haben zwei einmal da hinten einmal hier vorne ja ist ja nur das eine ist das Kreuz jetzt schon fertig gebaut oder wahrscheinlich so wissen du ist tatsächlich nicht genau nein noch nicht dann das wird auch die eine warum ich sollte man nicht da können wir jetzt eigentlich schon pennen damit wird dann mal wieder wahrscheinlich aber es wird eh gleich so nebenbei ok ok also ich würde es mir tatsächlich noch aufsparen bis es dann wirklich irgendwie ich weiß nicht was auf mich zukommt aber das bin ja nur die Kettensäge leck mich doch die Kettensäge wollte nicht ok ich merke ich habe keine Rüstung ich bin irgendwie mal wieder tot heute sind fertig hä heute habe ich gerade fertig gemacht kann man mich mal retten ich bin auf dem Weg ja schön ich habe noch mal was gecheckt wie wollte der einheit die sich mit der Kettensäge zu mähen ich mache noch mal hinter mir ich hasse das dieser dass du genau diesen einen imaginären Punkt in Luft treffen musst damit die Tore zu gehen das ist zum kürzen ja zum kürzen ich wollte tatsächlich das kreuz ist fertig habt ihr gesagt die sind immer vorne an der Hütte ich muss mal raus hier die retten noch einer von denen rum hier hängen hier rennt vier von denen rum fünf die sind alle an der Kirche die haben was gegen das Gebäude von der Seite ich habe vermute auch ich kann es aber auch irgendwie verstehen ups äh was scheiße das Tor wollte nicht zugehen halt das drin also ja das kreuz ist definitiv fertig ok kann ich bestätigen so deswegen habe ich auch keine meine Energie nicht auch Gesundheit halt aber ich habe lange machen wir heute auch nicht mehr tatsächlich wenn ich ehrlich bin weil es ist gerade eine Flaute drin ich muss sagen wir machen die Folge noch und dann machen wir Feierabend ja irgendwie ist es gerade ja ja merkt halt einfach weil man jetzt gerade nicht so viel tun kann ne klar wir können jetzt natürlich sagen wir bauen jetzt ein bisschen ein Zeugzeug aber irgendwie ist gerade zu viel zu dritt nur so ein bisschen Flaute drin ja wollen wir danach Feierabend ich bin nie dann haben wir vier Folgen gemacht wir machen mit von der Manolestation dann sieht das hier wieder wieder wie so ein anderes aus dann kommen wir vielleicht zu viel Zeit und dann kommen wir jetzt weitermachen scheiße sagt man nicht geht jetzt jungen Arsch aber was würde ich manchmal mit dir noch erziehen ach da vorne ist wieder ein Heini ein Heini ein Heini jetzt komisches wir sehen uns aufs was der hat das überlebt alter das war ja du hast kein Mut hat aber wieso sind die so schnell ich krieg mal wieder rum ich merke gerade ja ja gut ich habe auch gar keine Rüstung das muss man abgesehen davon ich mach dir mal wieder Rüstung da ha nein ich wollte warum denn ins Wasser ich schaff die gerade da raus damit wir die zerhacken können ach so es geht irgendwie mit der Kettensäge geht das gar nicht ja ich wollte gerade über dem links klein äh Katana dein Bein wieder ab links Bein auch ab hör auf hier die Beine die Wasser zu werfen mit dem zweiten rauchen sie besser so schönes Raucherbein auf dem Feuer warum nicht was aus dem Raucherbein Räucherbein mit ganz viel verklebter Arturia oder so ja meine Freundin hat gerade kein Uga mehr die Schale weggestellt das Geräusch gerade ich muss mal gerade komplett mich hier rausziehen na Schatz hast du auch gell ich weiß nicht echt viele des Pläses mehr die irgendwie noch sind ne ja gut die meisten Los Places sind tatsächlich nicht Leute Leute eine Gebärde und ein Arm sie und einen Fettsack auf dem Weg zum Sack oh ja drei Leute wir müssen mal gerade hier zu machen ja ich komme rein ich komme rein ich komme rein oh du bist doch komm rein komm rein komm rein komm rein oh jetzt ich hab erwischt Scheiße der Dicke ist drin der hat sich reingeklitscht oh oh ja IC scheiße hab ich die Hütte also ich das Problem ist einfach gerade dass wir nichts machen können ich versuche mal gerade raus zu gehen sie zu holen weil ich ehrlich bin nicht der Dicke ist tot Steinschusspistole hast geholfen ja da fehlt aber doch das Gebärde etwas ich muss Sabrina holen naja Ivan holen ähm irgendein Haus hab dich komm rein schnell weg schnell weg oh die blöden scheiße die rämische Fackel ja das ist klar scheiße ärgerlich ich hab dich ich hab dich gerade geholt finden wir eigentlich später auch nochmal Munition für die Pistole ne ne Markus hängt die mal ab ich bitte ich hol sie tot tot hab dich Tür zu machen versuche ich tot dich hat es auch erwischt nein ich hab alle beide getötet die Gebärde und äh okay das tot habe ich gerade tatsächlich gedacht äh oh hat gereicht weil die drei mal Rüstung ich hab ihm übrigens fast gefragt aber äh tut mir leid ich hab das ist irgendwie gerade komplett untergegangen was man das tun ich habe gefragt ob wir später irgendwann auch nochmal für die Steinschusspistole nochmal Munition finden oder herholen können da fragst du was also ich kann mich multiplizieren wenn ich 30 stück habe aber ich hab ja keine 30 stück ich hab jetzt zum Beispiel nur noch 14 stück so also man kann ja auch die rüber geben die Pistolen und die Pistolen oder so da war die ist ja nicht okay ich bruchte nur noch weitere acht soll ich dir welche rüber geben damit du multiplizieren kannst kann ich gerne machen äh wie geht das nochmal mit dem rüber geben mit dem Tablett mit dem Tablett glaube ich ja haben wir so eins ja klar so eins oben also aus dem Flugzeug bist du die eigentlich haben diese leeren Dinger ne ich hab keinen ja ich kann dir ja warte mal kannst du das damit weitergeben kann ich das geben irgendwie hier warte mal kannst du das nehmen ne okay aber ich glaube hier oben ist hier oben nicht hier oben müsste doch ein Flugzeugdings sein ne hier oben drin in dem Wald wo auch das Loch war zumindest mal beim Einzelplayer war da das Flugzeugteil ja gut das ist eh immer verschieden oder nicht mit dem Flugzeug keine Ahnung ich ich auch nicht aber ich hab das Flugzeugzeug ist eh weiter hinten drin das ist ja da in die Richtung irgendwie da wo die Hütte ist das blaue Fähnchen und so da in die Richtung da komm ich ja mal her wenn ich sterbe dann mal wieder da 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 so ich muss mich mal irgendwie grade säubern so ja jetzt hab ich auch wieder ein bisschen mehr Rüstung ich hab jetzt vier Rüstungen ja was machen wir jetzt jetzt noch Minuten es sind noch fünf Minuten ja dann hab ich genau die 15 Minuten pro Folge ja wie gesagt es ist zu dritt einfach jetzt gerade extrem Flaute ich bitte dich noch ein bisschen zu entschuldigen dass er so manchmal einfach zwischendurch bei so vielen Folgen ich glaub wir sind mittlerweile irgendwie bei Folge 80 oder so dass er zwischendurch auch mal so was hat man kann nicht immer gut drauf sein das heißt nicht hat nichts mit gut drauf zu tun ja du weißt ja wie ich es meine also man kann nicht immer äh gut ich liegt aber auch daran dass ich extrem müde bin ich bin seit 3 Uhr wach ne ich ich musste hatte 5 Uhr Schicht beginnen was machst du auch für Sachen ja dafür hab ich aber um 13 Uhr Feierabend so morgen ja wieder und dann Mittwoch und dann Mittwoch Gott sei Dank frei äh hier läuft irgendwas rum es mich ärgert ja hier mit einer Eulen zu Gange ach du bist mit einer Eulen zu Gange schwerkraftes grüßen Olle tot du bist mit einer Eulen zu Gange auch interessant ja hier so ein Hängeltützchen weißt du das wird immer besser das ist eine Familiensendung eine Familiensendung bitte was eigentlich müsste ich da das müsste ich tatsächlich das habe ich nämlich bisher nicht getan das habe ich tatsächlich das Erste weil wir jetzt beim Call of Duty gemacht eine Altersbegrenzung reinsetzen und jetzt müsste ich hier ab 18 machen du musst sogar bei dir am Kanal das allgemein einstellen habe ich auch schon gemacht dass meine Videos allgemein nichts zu Kinder gibt ja ja das meine ich ja aber ich habe bei Call of Duty tatsächlich das erste Mal die Altersbegrenzung drin ab 18 ja aber du musst das sogar in deinen Einstellungen allgemein einstellen das weiß ich das ist aber nur bei der neuen Upload Funktion das ist bei der alten ist es nicht ich arbeite teilweise noch wenn ich mehrere Videos am Tag hochladen das ist es noch arbeite ich mit der alten weil du kannst mit der neuen keine 10 Videos zulässig hochladen oder so ich werde schon wieder hier mit einem pvp-Axt-Angriff für Flugachs ich fühle mich beobachtet ich wollte helfen ja Entschuldigung ich gehe schon weg so wir könnten ja gut schlafen könnten wir theoretisch aber ich muss mal jetzt das Spiel ich bin wieder retten wow alter er ist mit dem der sich selbst erschwägt aha der Horst antwortet schon wieder nicht der Horst antwortet schon wieder nicht ja der Horst der ist heute extrem du äh stumm extrem durch so ich bin aber die 8 Uhr sollten wir schon noch irgendwie einhalten und dann wirklich Feierabend machen wenn ich ehrlich bin weil das wird sonst heute einfach mal ja nichts wenn ich ehrlich bin von meiner Seite aus nicht so wo ist er jetzt schon wieder hingerannt da Kev ich stehe hier und bauere und tue singe nein ich stehe hier und singe das sollte wollte nicht wir brauchen noch einen oh wirst du mal auf du bist reingerannt ja 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 ich bin reingerannt hallo ich hab mal re gemacht ja ich wollte auch gerade hier ein bambi jagen mit der kettensäge ist voll einfach wenn ich stehen bleiben so was ich gemeint wäre das tor nicht jetzt das tor ich lecke nur an hygienischen sachen sagst du so haben wir dann hier irgendwie was bei bei mich für fleisch karte es ist fleisch ja ist an ja hier es so hasen fern brauchen wir nicht in riefel aber wie gesagt vielleicht ja schon etwas gesagt habe es wird heute nichts machen wir jetzt nämlich tatsächlich den feierabend weil das wird heute gar nicht überhaupt nichts mehr bei mir seht es mir bitte ein bisschen nach wir machen der nächsten folge wieder ein bisschen mehr action weil dann sind wir auch zu viert gut spiel retten